Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die Erfindung der Schrift beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterial empfinden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Erfindung der Schrift Als besonderer Fortschritt wird von den Historikerinnen und Historikern die Erfindung der Schrift in Ägypten und Mesopotamien, also im heutigen Irak, um ca. 3000 vor Christus angesehen. Das Volk der Sumerer in Mesopotamien entwickelte eine Bilderschrift, bei der jedes Zeichen für ein eigenes Wort oder eine Silbe stand. Das Wort Bruder besteht im Deutschen zum Beispiel aus den beiden Silben Bru und Der. Diese Zeichen, die ursprünglich jeweils Bilder geliehen, wurden bei den Sumerer mit einem Keil in nassen Ton geritzt, der später dann trocknete. Im Laufe der Zeit entwickelten die Sumerer Zeichen, die eine Mischung aus Bildern und Buchstaben waren, die sogenannte Keilschrift. Bei den Ägyptern entwickelte sich aus einer ursprünglichen Bilderschrift eine Schreibweise, bei der einzelne Schriftzeichen die Bedeutung ganzer Wörter oder einzelne Silben haben konnten. Diese Schrift der Ägypter erhielt später den Namen Hieroglyphen. Die im Gebiet des heutigen Libanon lebenden Phönizier entwickelten im 11. Jahrhundert vor Christus die erste Schrift, die aus einem Alphabet, aus einzelnen Buchstaben bestand, eine sogenannte Alphabetschrift. Da die Phönizier als Kaufleute im Mittelmeer weit herum kamen, machten sie unter anderem die Juden und Griechen mit ihrem Alphabet bekannt. Die Griechen entwickelten daraus dann die erste vollständig aus einem Alphabet mit einzelnen Buchstaben bestehende Schrift. Die Römer schufen dann jene lateinischen Buchstaben, mit denen unter anderem auch heute in der deutschen Sprache geschrieben wird, das sogenannte lateinische Alphabet. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video geht es dann um das Thema die Griechen des Altertums. Untertitelung des ZDF, 2020